Willkommen zurück hier zum Let's Play, äh, Alter! Von Saints Row. Äh, ja, wir sind gerade... ...da, da, 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 mit der Gegen-Koloss hier am Antreten. Äh, ja, und der Scheißwichser bewegt sich die ganze Zeit. Das ist ein bisschen ein anderes Arschloch halt, als die anderen, die wir besetzt haben, aber... ...ini kann der nicht so viel ertragen, finde ich. Äh, der ist ein bisschen schwächer, trotz allem. Ja, ihn zu treffen ist ein bisschen Müll. Okay, äh, kommt, ja, das kommt bis zu mir. Kommt zu mir. Ja, jetzt kriegst du richtig Schaden, eins auf die Fresse, wenn ich dich einmal erwische. Äh. Ja, jetzt kommst du als Eiszapfen wieder. Ja, nö, kommst du nicht. Ja, Arschlecken. Verfickt nochmal! Scheiße, nicht getroffen. Alter! Ich hasse die scheiß Kolosse. Äh, die mögen mich nicht. Und ich mag sie nicht. Komm hierher! Äh, was soll denn das werden, wenn ich dich fragen darf? Ja, jetzt kriegst du gleich ab, mein Freundchen. Nochmal so eine Pleitenpech und Panschau und dann bist du kaputt. Ja, jetzt hast du verloren, mein Kleiner. Alter! Der hat das Schild zu schnell regeneriert. Aber jetzt verreckt er. Jetzt. Aber jetzt komm schon! Alter! Find's jedenfalls nicht, von ihm ist er mir gleich, äh, reinhüpft, hüpft. Ja, und wir fliegen hin! In ihn hinein, wie immer, jedes Mal. Loch ist Loch, was reinkommt, ist wurscht. Ja, ist so... Oh mein Gott, B! Schneller! Und wieder Y! Jetzt kommt er auch wieder... Du Sau! Der wird sich jetzt aber... Der wird sich richtig deftig, meine Freunde. Alter, wenn du nachher nicht sofort drückst, dann verlierst du den. Alter! Alter! Nee! Alter! Was ist... Was ist mit dem Spacko, ey? Hat der den Trocken gehabt, dass der so stark ist, oder? Nochmal hinein. Aber jetzt richtig. Hält da. Ich lose ja hier ab. Das ist ja grauenhaft. Ich glaube, so mehr man verfällt. Ja, umso stärker wird er selbst. Unser länger man. Eine neue Kraft. Buff. Ein Moment. Jetzt gibt es wieder eine Simulation. Wie immer. Wir haben die Kraft. Okay, Feuerbuff. Der Feuerbuff verleiht deine Waffe die Kraft des Feuers. Wendebuff an und schießt damit. Blablabla. Feuerbuff. Lalalalalalalala. Okay. Das wird lustig. Wir machen hier. Können wir jetzt da. Lalalalalalalala. Oh, die Menschen fallen um. Meistens wie so ein Liebesfilm. In jedem Liebesfilm. Vor allem doch die Mä. Kommt an einer super Schuhe vorbei. Und oh. Die Frauen fallen um. Wie schön ist das denn? Oh, du Sau, ey. Ja, jetzt hast du mich zwar gehauen, aber du brennst, mein Freundchen. Du brennst. Aber wir nehmen da mal eine Waffe, hätte ich gesagt. Ja, komm. Eine Pistole. Ja, Alter. Wenn das wirklich so effektiv ist. Dann ist ja klar, dass wir hier machen. Oh, der ist jetzt aber schnell kaputt gegangen. Da müssen wir verstärken. Das Ding ist ja richtig geil. Die Fähigkeit. Ja, ein bisschen Fahrgeld. Tut immer gut. Ab in die Tasche damit. Für Stufe 23 hat es noch nicht genau erreicht. Den Buff haben wir aber. Buff Element Feuer. Okay. Wir haben das Buff Element Feuer, Jungs. Das ist geil. Okay. Aufhören mit diesem Ge-Creature. Cool. Können wir das verbechern? Ghost Riding. Was ist das? Buff Element Eis. Ja, treff dich mit Ben auf dem Schiff. Können wir machen. Ist aber halt, ja, brucht wieder enorm viel Zeit. Oh, ich hab fast Geld. Oh mein Gott. Gucken wir mal. Buff. Nice. Upgrade. Buff. Buff aufladen. Die Buff-Energie geht jetzt schneller wieder auf. Oh, da kann man immer gebrauchen. Oh, ich weiß gar nicht, wie viel es kostet. Ich kaufe einfach mal. Begleiter in der Nähe sind die Mund gegen Feuer. Begleitende Umfälle. Entschließen. Eventuell mit Blitz-Munition, eventuell mit Eis-Munition, wenn der Buff aktiv ist. Ähm. Ja. Ähm. Ich weiß nicht, ob ich da mal das Eis freischalten soll. Oder ob ich da, äh, weiter die Hauptmission machen soll. Ich könnte schon eigentlich. Ich habe einfach jetzt da so scheiß Mission. Komm, komm, wir machen mal die... Nee, wir machen nur... Mir hilft Asha. Wir sind ja nett. Wir helfen euch zutage immer. Ja, ich bin auch so verrückt nach dem Leer-Niha. Okay. Dann müssen wir jetzt aber hin. Oh, verdammt. Jetzt habe ich die Bullen angelockt. Ja, Arschling. Scheißegal. Oh, die hat so scheiß viele so... Lernen die eigentlich nach? Weiß jetzt jemand von euch? Wenn man da lange nicht drin ist, lernen die nach. Gucke eben auch nicht Let's Plays von anderen, von Spielen, die ich selbst spiele. Weil, er macht eigentlich nur alles kaputt hier. Das heißt, Gronkh, ähm, gucke ich zwar ein paar Outlets und so, aber Sensor selbst, nee. Der nimmt mir nur alles weg und ich will ja nicht wissen, was passiert, weil sonst ist ja ein Let's Play nicht mehr lustig. Man darf... Oh, man... Ah, 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 ah. Man darf ja nicht wissen, was passiert. Das ist gerade das Lustige dabei, jedenfalls, finde ich, ja. Wenn man's blind spielt... Oh, scheiße, nehmt durch! So, äh... Wiii! Ab in die Lüfte, Dach hoch, Dach rüber, Dach runter, Dach auf nächstes Dach, Dach von Dach zu Dach. Und da sind wir schon bei der Mission angelangt. Hackenscheiße! Okay, wir haben hier ne VSP, VIP. Okay. Gut, ich fahr die mal zu ihrem ersten Halt hier. Ich hoffe, die hat nix dagegen. Ähm... Ja, plant hoffentlich nix dagegen, dass ich ein bisschen... Ja, mein Fahrstil ist ein bisschen anders. Oh, das ist komplett anders. Ich hab ein bisschen GTA Online gezockt. Da war die Kamera noch ein bisschen anders. Oh, hat die ein kugelsicheres Auto? Da geht mir nämlich nicht kaputt. Da kannst du wohl reinfahren, in was du willst. Hallöchen, ich hab VIP, lass mich mal durch. Mäh, 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 oh, da darf ich. Ich bin VIP. So. Ah! Supergut für die Flucht platziert. Folg dem VIP. Okay, das ist bugging mich. Ich weiß, diese Frau. Wer ist sie? Sind Sie wirklich? Das ist Tammy Tolliver. Warte, der Reporter von Ganky Ball? Also, es gab keine Formen von Kindstern. Eine Sicherheitsarbeit ist eine Serialbox. Du musst nicht deinen Preis wählen. Hey, siehst du den Mann da oben? Sag mir. Siehst du einen Trag? Ich weiß nicht. Es ist dein Job, zu wissen. Du musst jetzt entscheiden. Geh ihn raus und möglicherweise killen einen innozenten Menschen. Oder lass ihn gehen und potenziell deinen VIP in mortal Gefahr. Der ist böse. Ja, schade war es. Tja, das kann es geben. Ja, ey. Ein Super-Alts-Im auch nicht perfekt. Ich bin halt auch nur eine Gabel. Okay. Einsteigen. Der Taxi fährt weiter. Ach, scheiße. Das Auto hat ja auch eine Schadensanzeige. Huch. Tja, nicht gesehen, meine Freunde. Ja, und der... Ach, jetzt sieht mein Auto plötzlich so aus. Äh, vorhin kam einer mit... Oh, ich will hier abbiegen. So. Äh, ja. Vorhin hat mein Wagen noch nicht so ausgesehen. Ja, jetzt schon. Tja, shoppen, da war schon die erste... Unser erster Zivilist ist schon kaputt. Äh. Äh, ja. Ja, super. Deckung geben auf dieser verfickten Distanz. Ja, ähm. Unser erster Zivilist ist halt schon abgekackt. Äh, der zweite will da auch gleich folgen. Tut einfach alles, was ein bisschen zu nahe kommt. Ob sie jetzt nett sind oder böse. Mir scheißegal. Äh, sie sind einfach zu nah. Keine Tantenzahlung. Wow, jetzt hab ich, äh... Pew, 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 pew. Pew, pew. What are you doing? Fuck off. You're easily bored, aren't you? Ja, jetzt bin ich runtergefallen. I'm usually too busy being awesome to be bored. Das sind ein paar... Der sieht mir gefährlich aus. We're coming out now. Everything clear? Blue skies and hummingbirds. Die sieht mir gefährlich aus. Sniper! Shit! You said we were clear! Wo sind Scharfschützen? Da sind Scharfschütze. Alter! Alter! Du Sau! Ich bin ein... Ja, gegen einen militärischen Scharfschütze hast du halt keine Chance, mein Freundchen. Und ein Objektiv. Du könntest mit internationalen Kriminellen sein. Warum mach das? Verfick ich. Ja, bewegliche Ziele. Scheiße, ne? Die sind mühsam zum Treffen. Kenn ich... Kenn ich alles. Äh... Ja, komm schon. Guck mal ein bisschen raus. Ja, schau... Oh, verdammt. Das war jetzt peinlich. War jetzt absolut peinlich. Bisschen bewegen und dann schießen. Wunderbar. Genau so funktioniert's. Oh, jetzt haben wir ein kleines Dach. Wie unspektakulär. Hallöchen, mein Freund. Ja, zweimal Kopfschuss. Das tut mir aber leid. Ähm. Ach, sind nochmal zwei dort? Okay. Ja, ich kann auch mit dem Sturmgewehr schießen. Ja, schwachmaten. Einsteigen. Die Fahrt geht weiter. Ach, jetzt sitzt du am Steuer. Okay. Dafür darf ich ballern, oder wat? Hallöchen. Hallöchen, Hallöchen, Pupöchen. Willkommen hier bei unserem Ballerspezial. Ja, da waren ein paar Leute da. Da ist auch noch ein paar. Hallö, Hallöle, Hallöle. Ich geh mal vorbei, ne? Danke. Schön, danke. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Ja, wer fährt sie mal? Da bin ich... Finde ich auch in Ordnung. Bin ich auch dafür. Alter, was wollt ihr denn? Geht weg. Lass mal nach, hier die Wasserpistole. Ja, der geht in Deckung. Äh... Ich glaub, ich nehm da mal ne kurze Waffe. Twiggy dance, meine Freunde! Alter, wie lang wird der noch kommen? Yeah, dance up, Baby! Aha, aha, I like it! Ja, kommt mal raus hier. Ja, ich hab hier ne Dancefloor-Party für euch organisiert. Die gefällt euch doch. Wow! Alter! Hoppala, das waren ein paar Unschuldige. Ja, die nehmt es zum Teil auch. Wie wir schon am Anfang im Shopping beim Kleider kaufen gesehen haben. Ja, unschuldig ist nicht immer unschuldig. Komm. Komm, wir lassen genug Wellen. Hält da! Der erste läuft mir schon ins Messer. Der nächste zwei auch gleich. So gut, wunderbar. Die Waffe muss ich da aufladen. 50% Minimum. Äh, das gehört einfach dazu. Der erste ist weg. Der zweite ist weg. Die anderen zwei haben ein bisschen gezögert. Die wollten nicht mitkommen. Ja, also wenn die immer da nur dort kommen, ist es ja ziemlich einfach eigentlich. Okay, jetzt muss ich da hin. Ja, Schiebe Wache, okay. Die hat... Die hat... I must have accidentally cut him off. Zinyak, you shit-eating! Muuu! Always with the vulgarity. Anywho, have some fun with these... minor changes I may... Äh, der ver... Der weiß schon, wie man, äh, einen Spaß vermiesst, den Tag vermiesst. Der... Ja, shake up! Braut! Meine Braut! Shake up! Los! Was, ein Begleiter wiederbeleben? Äh, was ist mit dir passiert? Kinzi! Äh, nee, äh, wie heißt du schon wieder? Ja, wir... Schicken hier ab, meine Leute! Alter, ein Helikopter! Nein! Bleib stehen! Steig in den Wagen! Welcher Wagen? Diesen Wagen? Der ist aber nicht so stabil. Sammeln die VIP und Ash ein. Ja, kommt ihr beide. Steigt ein. Los. Schneller. Wir haben nicht ewig Zeit. Und los geht die Fahrt. Man sieht sich in der Hölle, meine Freunde. Oh. La la la. Und drüber. Und hier runter. Und drüber. Oh, verdammt. Das wäre falsch gewesen. Ja. Tanzt du nur, Häschen. Tanze wie... Oh, mein Gott. Der hat einen Besuch. Der Naschloch. Geh weg, 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 geh weg. Mach es weg, mach es weg, los, 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 mach es weg, mach es weg, mach es weg. Die böse fette Miete, Katze. Sie verfolgt mich. Lad nach und schieß weiter. Schieß Genki ab, los. What the hell is he doing? Holy shit. What? So. Okay. Ja, und ich habe keine Superkräfte, äh... Weiß ich nicht, wie ich das machen soll. Oh, glad you can make it bad. Now let me stop throwing fire again. Oh, I don't think so. I'm not falling for your tricks. Matt, give the powers back. Oh, I see. Okay. What happened when we were disconnected? Explain later. Powers now. Jawoll. Meine lieben Freunde, wir sind wieder hier im Spiel. All right, let's go. Und ja. Meine lieben Freunde, jetzt geht's richtig zur Party. Jetzt geht die Party erst richtig ab hier. So, Genki, du Arsch. Ne, nicht die Faust. Alter, jetzt kommt der wieder auf mich zu. Hallöchen, Genki. Äh, mein Feuer wird dir... Viel Freude bereit. Alter, der ist aggressiv, der Genki. Verfick nochmal. Weg hier. Ich mach einfach so. Wo ist Genki? Alter. Wow, wer wirft hier mit Autos? Wer wirft hier mit Autos? Genki, du Sau. Du, ne, läuft sich mal auf mich zu. Geh weg, Genki, geh weg. Genki ist def. Okay, ähm. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ashers VIP. Wir haben es geschafft, meine lieben Freunde. Wir haben es echt geschafft hier. Wunderbares Ding. Ja, begleite den Ash. Ja, die hat nicht so ein geiles Kostüm wie die anderen. Fahrzeug, Genki, deine Gatway garage. Den dir nun das... Mensch, Arcatapult, der wütenden Tiger, sexy Katzen und traurige Panda zur Verfügung. Okay, äh. Traurige Panda sieht geil aus. Ich will ein trauriger Panda. Kinder. Nö, will ich nicht. Aber ein Pinky Squad, dat will ich. MiumiumSoft Miamimumuuuuu produção okay meine freunde ich denke diese mit diesem sexys pinken squad hier verabschieden wir uns ich hoffe ich habe nicht mal part wieder dabei wie immer schaltet fleißig ein guckt zu seid dabei wenn wir hier die spiel noch fertig durchspielen irgendwann mal in 20 jahren wenn ich so weit bin vielleicht okay bis dann wünsche ich einen schönen tag und auf wiedersehen ich sagte auf wiedersehen na los darauf noch mal ein versuch die kaputt die kaputt die kaputt die kaputt auf wiedersehen los auf wiedersehen sagte ich wiedersehen wunderbar geht doch ein feuerwerk okay gut dann bis zum nächsten mal und tschüss wir Vielen Dank.